Bist du müde? Ja, oh, sau sehr. Ich hab Hunger, wie sau. Ich kann jetzt einen Löwe essen. Aber du gehst aber sehr. Leicht. Ein Finito. Finish. Ich bin auch total. Keine Wüte. Sechs Uhr. Halb sechs Uhr bis jetzt. Wir haben vieles getan, vieles gemacht. Guck mal, das schönst du das. Guck mal, das schönst du das. Guck mal, das schönst du das. Laper, capek. Bayu, sehr, sehr, sehr. Sehr, sehr, sehr. Jungs, sehr, sehr, sehr. Nanti, kapan-kapan, wenn wir wiederkommen, können wir wiederkommen. Ich möchte gar nicht gut. Ich mach das meistens, dann wollte ich meine Eltern zeigen. Okay. Damit sie sehen, was du machst. Das gut. Kannst du was sagen? Ich kann sowieso kein... Ich kann einfach übersetzen. Okay. Ich hoffe, es Ihnen geht gut. Und ihr habt eventuell viel Spaß gehabt. Und jetzt sind wir rum. Wir hoffen, dass wir nach dem Rückkehr kein Stauf in werden. Tschüss. Tschüss. Also, es muss man sich um übersetzen. Also, es muss man sich um übersetzen. Also, es muss man sich um übersetzen. Also, wir sind wir schon. Wir sind alle. Und jetzt sind wir jetzt. Und jetzt sind wir uns im Überset. Und dann wir wünschen uns, wenn wir uns, wenn wir nach dem Rückfahrt zurück zurück kommen, Wollen auch was essen, gell? Warmes essen? Ja, warmes essen, genau. Aber Fleisch, viel, viel Fleisch. Ich will auch Fleisch essen. Machen Dageg. Gell? Ich auch. Willst du Fleisch essen? Weil etwas warmes? Natürlich. Etwas warmes vor mir. Ich habe nichts gegessen. Echt? Ja. Ich habe drei Bananen. Aber trotzdem. Wir warten jetzt auf Werder. Und dann? Der fährt noch mal. Ich ähm... Schilfest da. Welche Hut habe ich zurück? Welche Hut? Ich weiß nicht. Ciao.